hallo ein wunderschönen guten tag liebe freunde ich bin seit langer zeit mal wieder da ja ich habe viel viel zu umrohren gehabt die letzten monate wir haben jetzt schon seit vier oder fünf monaten zu tun mit unserem umzug wenn man so kann wenn man das sieht ist alles voll mit kartons da auch hier ist auch schon alles auseinandergebaut viel auseinandergebaut können uns das aber hin angucken wir sind schon seit fünf monaten bei meine anderen beiden liestüten sind auch noch da da sitzt ja eine flaume die hat auch schon alles auseinander kleiderschrank ist schon weg da hinten wenn man gucken kann stehen auch schon säcke genau da alle schon weg hier genauso bei der riesen bohnen stange da auch auch alles voll alles voll kartons da alles voll ja auch alles von kommt alles bald weg ja das habe ich und dann haben wir schon mal drauf hier auch alle schon weg alle schon runtergenommen alle schon abgeräumt mein stammplatz hier ist auch schon leer wo meine ganzen konsolen und alles drinnen waren alle schon weg mein kleiner schreihals hier der ist auch am krach machen der geht ja ja teddy ist auch am start der begleitet mir noch sie aus wie arsch auf den kopf seit fünf wochen warte ich schon darauf dass ich endlich umziehen kann balkon ist noch schlimmer balkon sieht auch aus wie schwein alles sperme muss alles runter geschleppt werden aus dem vierten alles runter das wird ein schöner scheiß kaffee schöner platz der andere weiß ich nicht wo der andere rum geistert hat kann ich leider nicht sagen er hat sich bestimmt verkrümelt ja gut was soll ich dazu sagen moment kann ich leider nicht machen weil alles schon abgebaut ist ich habe alles schon weg weil ich ja gesagt habe ich wollte eigentlich schon vor vier fünf wochen ausziehen aber nö durch diese scheiß corona oder korinna sage ich dazu seit korinna draußen rum rennt kann ich ja nicht machen zum umzug komme ich nicht zum nix das ist zum kotzen ist das aber was fürs machen dann verblöten wir halt in der wohnung bis uns die decke auf dem kopf fällt gut ich sag dann erstmal bis dann und bis auf dem nächsten video ok bis dann ciao 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 ciao